Oh, ist wieder kalt. Haha, die gehen schon auf den Tisch da ohne. RIPKO! Wuppa wuppa wuppa. Was? Hast du gehört, ein Geist, ein Körper? Ja. Fliegen! Oh, no. Ja, ok, auf. Bwisch! Wisch! Be 퍼fen! Bwisch! Das sieht ja gemütlich aus. Da ist einer hinter der Kiste vor uns. Alter. Wo schreien die? Du musst nur die Beine ablegen, dann gehen sie verlaufen. Ist richtig. Voller Schuss voll drin. Alter, wie ein Organ. Aus. Oh. Kann man den Schüssel nicht dafür, für Disposal? Ich hab im Artefakt davon. Gehst du? 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 Okay, gleich nach. Hört noch. Alles klar. Giste! Artifugt! Giste! Ich begrüße sie! Toll! Ihr wuppert das! Ja, hier ungefähr. Geh, schöne Sachen finden. Fakt! Pack dich gleich! Kiste! Kiste! Alle müssen unsere Rolle in der natürlichen Evolution des Universums erfüllen, Isaac. Was Sie anscheinend nicht akzeptieren können. ? ? ? ifie ? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ist das Ding da rübergeworfen? Ja. Bestimmt nicht. Eine Tür? Ach ja, die eine Tür, die es hier im Spiel gibt. Direkt neben dem Aufzug. Also du kommst hier nicht mehr Leben draus, eh schon. Was noch weiter zurück? Sonja. Ja, er muss aktivieren, das Ding. Woher wissen wir denn, dass das überhaupt funktioniert? Hast du rausgefunden, wie man aus all dem einen Codex herstellt? Ja. Vermutlich haben Sie magnetomische forensische Neurologie eingesetzt, die einen in dem Codex gespeichert wird. Du musst die andere Mission auswählen. Als hätten Sie die Couch für die Maschine direkt aus Ihren Hörbuch. Die Optionen, die Optionale. Zumindest haben Sie ihr nicht das Auge rausgestochen. Ich bin gleich da. Bitteschön. Bitteschön. Ja, ist richtig. Bitteschön. 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 Sieht doch halt gleich aus Der Sucheroboter war vor uns hier, nicht schlecht Da ist immer einer Dass er noch nicht aufgefallen ist an den Stationen, wenn da einer reinfährt Da fährt immer einer rein, so Denn die Wies obenrum, wollte ich das sagen Aufzug fahren Welchen sind wir gekommen? Ne, voll drüben Müll deponier Müll deponier Gerard im Müll deponier Aha Hui Verkollern Oh Nein, nein, lass die Tür gut zu, verdammt Bleib liegen Weg 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 Manchmal reicht halt eine Säge durch Körper durch, um da durchzuschneiden. Können wir ein Stückchen mitnehmen? Was? 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 Gerade Müll deponiert. Hinter dir. Brauch ich nicht mal umdrehen, ne? Guck einfach nur dahin, ey. Mach per Telepathie. Guck einfach nach hinten, ey. Per Grünse-Partie machst du heute. Per Grünse-Partie machst du heute. Guck. Guck.